Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Destiny 2 Beyond Light. Servus! Alter! Entschuldigung. Ja, mit dem Alex wieder, leider. Hi! Heute hoffen wir etwas besser drauf als gestern. Was denn hier? Wir haben einen neuen Wegpunkt. Waschen wir zu? Nee. Hol mir. Nur mir. Achso, schon, ich hab ja noch. Das konnte ich ja gar nicht mitnehmen, gestern das Ding. Ja, nimm's mit. Ja, das noch nicht mitgenommen. Du kehrst zurück. Das ist gut. Äh. Hm. Ja. Heute Tag 2 vom Release. Tschüss. Hättest du wohl gerne. Ja. Ja. Es geht mittlerweile ohne Probleme raufzukommen. Paarer Sender. Tja, und deswegen. Äh. Wo müssen wir ja wirklich hin? Hä? Mein Wegpunkt ist weg. Na, meiner auch. Okay, sind wir schon vorbei, oder was? Na, ist irgendwo hier. Ja, ich steh genau davor eigentlich. Warte mal. Wenn du die Fahne siehst, dann schreist du, ne? Äh, du musst, ne, du musst, du musst wegskillen. Die haben die Peilsender. Ah. Die müssen wir sammeln. Die hab ich sowieso gerade bei, das trippt sich eigentlich ganz gut. Ja. Die lassen was fallen. Wie viele brauchen wir? Es sieht wieder keiner. Zehn. Zehn. Ne, hä, verstanden das. Ja, doch. Ich hab sechs von zehn jetzt so. Weiß nicht, ob's zusammenzieht ganz, aber. Äh, ich hab jetzt nicht geguckt, wie viele ich hab. Du sagst einmal, wenn das ausgewählt hast. Mission. Im Menü dann müsse, bei Tab halt. Drei von zehn, ne. Nein, nein, zähl dich. Okay. Er ist grad einfach so ne, so. Die Peiseln aus der Luft geplumpst. Obwohl ja nicht mal was gestorben ist, der ist einfach so runterplumpst grad. Ne. Wex. Where are you? Hello. Wir haben die Wex, wenn ich dachte, da unten sind wieder welche. Bei mir, wir fliegen hier Wex, die Überreste von der HP rum. Äh, nicht von der HP. Von der Hydra. Ich hab grad gehitnappt. Hört doch mal auf euch zu potten. Hört auf euch zu potten, hab ich gesagt. Na ja. Das f- Äh. Gut. Habe ich. Finde und deaktiviere die von den Praxises erschaffenen Wex Konflux auf Khadmus Bergkamm. Okay ist das weit weg? Allerdings. Nordpol. Am Arsch der Welt. Ja wir sind immer noch alleine. Der Keks hat's wie es aussieht verpennt. Gestern war sein Internet weg. Alter wie du dir an diesen kleinen Eisspitzen hängen bleibst. Ja. Ich hoffe ja dass die Story noch eine Wendung bekommt. Also bis jetzt ist es ein bisschen... Es ist schön aber es ist mir zu copy pasted von Forsaken. Wer regt denn da bei dir im Hintergrund? Ach man. Ich ärzt halt als wenn alle das immer hören. Das nervt. Das ist meine Mutter. Ach so. Du hast kein Mitspracherecht. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Doch du hustest. Das reicht so. Jeder hört's. Und jeder hört's und das nervt. Weil jeder immer darauf anspricht. immer hört das jeder und immer so. Oh wer verrückt denn da? Hm. Was ist denn da los? Hey ich hab den Konfliktort deaktiviert. Das hat doch... Warum zählt das nicht? Hm? Ich hab das Filo noch erwischt. Ah jetzt. Ich weiß wo wir Praxis finden können. Ich hab dem Filo noch ne Nova mitgegeben. Kurz bevor es gestorben ist. Deswegen hat's für mich noch gezählt. Oh was ist das hier? Ich will kein öffentliches Event machen halt die Klappe. Ui. Was ist denn das Ding hier? Ich hörsch dir das jetzt nicht. Aber muss das das öffentliche Event jetzt sein? Das ist glaube ich das Event ja. Ah nervig. Ja warte ich spielts auch noch mit. Wir können sowieso die auslösen mehr als gut gebrauchen. Ach. Ich mach die ganzen Rates jetzt so einfach solo. Ja. Klar. Einfach nur auf den Tag warten wo das Gerla Horn wieder ist zurück und dann kannst du alles solo machen. Ja allerdings. Was ist das denn da? Assistent des Technokrats? Hm? Da läuft uns so ein Vieh rum. Das ist bestimmt schon wieder mega OP oder? Hm. Ja. Das hat nur Raid Zeichen bei sich dran. Ui. Das kenn ich gar nicht. Aber es sagt mir das jetzt grad nichts. Ich find's lustig dass es so ne Cochindrone jetzt auch gibt. Mal aufzurusten. Gibt's ja nicht. Verreckt wenigstens. War nicht nett. Nämlich so ein bisschen wie an Destiny 1 hier gerade ne. Hm? Hä? Wer kann denn hier schon Dings machen? Ja das können die nachher schon dauerhaft die Story durch haben. Wir haben doch. Das Spiel war keine zwei Stunden draußen. Da hatten manche das schon das Softcap. Lass doch wenigstens mal was fallen Mensch. Paar schöner in Gramm ist und so. Wir müssen doch auf 1200 kommen. Was soll das Ding kaputt machen? Schön da. Und du stehst hier doch dagegen rum und kassierst. Ist klar. Kann man nicht da mal was fixen? So. Weiß ich nicht. Sondern mal du so. Wenn du hier AFK rumstehst dann. Und nicht ein Gegner gekillt ist obwohl du im Event teilnimmst. Dass du. Naja okay. Du nimmst am Event erst teil wenn du einmal anschließt. Aber. Trotzdem. Oh hallo Harpien. Warte warum sind da so viele Harpien. Das ist doch die ganze Zeit schon so. Äh Harpien Lavine. Das hilft wirklich jetzt die Stasis. Die Viecher einfach mal einfrieren. Das stimmt. Ist gar nicht so blöd durchdacht. So, können wir das Fino abschießen? Ne. Da oben ist die Gewalt der Harp hier. Tschüss. Ex schlechter. So. Die Stasis ist echt geil. Haben sich was Gutes überlegt. So. 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 Kommen die nur von dir? Oh, hi. Äh, Servi ist da. Ja, ja. Ah. Da schießt sich halt direkt in eine Lawine rein, ne? Hier sind die Wechs mit einem Konflux. Wir müssen sie aufhalten, sonst wird ein Grupper von ihnen überhanden. Hörst du auf mich wegzuponnen? Äh, wo bin ich? Äh, hey! Er sah eben kurz aus, als ob er mich über den Arsch der Karte warbt, weißt du? Deswegen, ich so, ey! Hast du wenigstens einmal schon drauf geschossen haben, den Primus? Ja, klar. Ich frage nur, damit es auch zählt, weißt du? Ich habe die ganze Zeit Granaten aufgeschossen, Mann. Aber jetzt ist er nämlich breit. Müsste ja jetzt gezählt haben für dich. Ich bin genau in dieses Ding reingenommen. So! Hat es gezählt, ja, ne? Du hast jetzt auch da diesen Wegpunkt. Gut, dann. Hinder. Ich hoffe, was passiert wäre, wenn ich das jetzt einfach so gestaltet hätte. Ob du dann geskippt? Aber normalerweise nicht. Ich hatte das geschlagen. 1.120 Power, ey. Junge. Junge, alter Dicke. Vermöbelt. Aufs Fressbrät. Ich sollte vielleicht einen Timer starten. Aber du hast ja OBS auf und du siehst ja einfach, wie lange du aufnimmst, ne? Wollte ich ja raus tappen, halt. Achso, du hast keinen zwei Monitore. Ne, gerade nicht angeschlossen. Ah, ja. Ja, gut, dann. Ist egal. So, was sollen wir denn machen? Neues Ziel. Der Amis traf Praxis im Gefängnis, ja? Jeden Tag sprach sie durch die Wände ihrer Zellen, träumten von einer neuen Welt. Seine Forschung ging gar nichts, wie die Fähigkeit, Kraft aus den Splittern zu ziehen. Sein Klickern, alter, ne? Ich nenne das schon bewusst Klickern. Der Amis kann ihre Anhänger nicht mehr mit Dunkelheit ermächtigen. Dann wollen wir mal. Das Palast, nice. Sag mal, hast du eigentlich eine Sonnenschuss? Was? Eine Sonnenschuss? Meinst du das ja? Ja, klar. Die können uns vielleicht helfen, wenn da so Gegner was auf uns zukommt. Einfach mal rein, fumm. Weg sind sie. Ach, da kann ich auch Peakast benutzen. Die hab ich nicht. Die müssen sich ja involvieren dafür. Ähm. Ähm. Sieht so nach Bosskampf aus. Kriegen wir Dings? Dings? Aus der Stasis. Das wäre ein Ding zu sehen. So wie ein paar noch im Moon. End noch. Äh, jetzt. Hallo. So, der ist auch nur so. Der ist Kampus. Ich weiß, das wäre ein Boss. Wer denkt, der ist der Boss? Dabei ist er ein Stückchen Scheiße. Warte mal. Mach einfach keinen Slam und dann... Okay. Er ist der Boss. Äh. Uiuiui. Deger. Ja. Allerdings. Schals bei dir. Ja, das ist... Ich bin übelst langsam, weißt du. Spawned auch noch. Lapping. Hup. Ah. Da müsste man... Komm runter da. Du sollst runterkommen. Ach, Mann. Der schietet. Ah, ist tot. Der schietet. Wie soll man ihn denn so mit dem Schwert treffen, wenn er in der Luft ist? Das ist tot. Das geht mal. Ah, das geht mir. Überwertet. warte mal hat auch nicht zu schießen schicken revolver bekommen dass er kann die fache mental kröner nicht so gut der sogar schlichter oder so nein nur ein wenig lebensmüde der ist unsichtbar ich wollte mich gerade was schießt hier das ist auch noch so geblendet weißt du exos perfektioniert der ressourcenfinder auf spielgeist mod du hast ein exo gekriegt nein hier sind überall exos also wir am ende ist schon da wo wir sind wir in dieser servitor der observator ich kann gerade nicht servitor war da immer er ist dunkel ja er hat ja gar nichts aus mit dem schweber meinst du genau verter brummer bommelböne sie ist da x irgendwas zum anfassen glocken die ganze immer so dieses gong ich weiß nicht ob oder das muss ja in den soundtrack drin sein so ausschließen weiß aber erst mal zurück noch mehr aua lad nicht nach schieß mein gott alter jetzt bin ich noch reingerutscht mann ey voll fies mhm hier ist schon wieder so ein schweber da sind sehr wie da war ein sehr wie hier hat dieser kell aus dem goldenen zeitalter also seine maschinen gebaut haben ah triviale bastelein ich werde sie verbessern mhm und ich werde dich töten ist es seltsam diesen ort zu sehen hüter es sieht auf jeden fall übelst nice aus diesen eispalast wir werden von dem verfolgt was wir verloren haben sind wieder bomben aber wir sind nicht gezwungen ne ich sah nur so aus in Ruinen unseres früheren lebens zu wandeln wie ihr ähm ich lass dir gerne den vortritt geregelt ich hasse es ich hasse es die granate ist übel stark aber wehe du läufst rein dann bist du tot weil du dann nicht ge eigentlich ja ich kümmere mich da gleich mal drum wenn wir mal ein bisschen ruhe haben weil dann ich die ich komme immer noch mit der erhöhten granatenwurf weiter nicht klar also sprich ich hab sie ja nicht drin deswegen werfe ich die granate immer sonst zu holen nur nicht dahin wo ich sie hinhaben will das sah grad lustig aus wie der äh der vandale da grad durch mein bild geflogen ist als du ihn grad weggeslappt hast sozusagen you just got slapped so moment ich hab sogar vier energie das passt sogar perfekt äh ähm schnell Ball danke warte mal warte mal geht's doch noch was ist komisch komisch äh jetzt lang da geht's schlangen ok da ist Action ja 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 ich mache hier herrn 2-Hand-Combat mit so einem Vandalen und du stirbst da irgendwo und mich nimmt einer von hinten den der eben nicht da war ich sehe nur die ganze zeit diese schwebe ist das da ein fetter servitor da oben oder was ist das ja hm dickfettblock mhm oh hallo ah die anderen sind nicht so weit gekommen ja komm mach hin hör auf zu labern ich hab das ding nur noch zwei sekunden aber ich kann dich erfassen mach hin wow er hat zu lang gelaufen wow er zeigt deinen drücken ich verstehe es nicht da steht drücken sie äh da drückt drücken sie äh ja anstatt da mal hinzuschreiben drücken sie die taste so und so ne ok ja es ist ein abbild von der taste die sie drücken sollen wow das ist der tostern allerdings sieht ja wirklich so aus wie ein toteschern ja ist da hinten irgendwie was versteckt nö das lädt sehr dazu ein ne ja ja noch mal ne dicke ne auch nicht verarscht ne die können nicht halt auch direkt worden hitten ne die brauchen nicht plus einmal erwischen bin ich so unter powert 1101 Hm, das geht vielleicht. Das ist nicht Belastbarkeit. Ist möglich. Ist gar nicht mal so niedrig, 38. Aber die können mich halt direkt einmal treffen und dann bin ich halt direkt fast tot. Es ist halt irgendwie, bin ich der Meinung, ich habe mal mehr ausgehalten, auch wenn du unterlevelt warst. Sind die halt echt im Todesstern, ne? Oh, das ist diese Wechskruft. Oh, das habe ich nicht gesehen. Wie ist die Tiefstein-Krypter, oder wie? Weiß. Achso. Was, was, was? Oh, guck mal. Ist da noch ein Wett? Oben ist noch eine Plattform. Und Ränder. Äh, das sieht aus, wenn er sehr wie unser Boss ist. Das war cool. Guck mal, wir laufen genau drauf zu. Oh, achso. Wie lange drücken? Ist klar. Ist klar. Ist klar. Ist einfach klar. Oh, ich bin da. Ich bin dezent um 20 und der Limit. Ich bin dezent um 20 und der Limit. in der M am Gebiet hier verteilt und das ist der Schilder-Kartik ist ganz aufbauen auch nicht gleich drauf gehen das macht auch immer noch ordentlich Schaden Jega du brauchst mich einfach nicht wiederbeleben du musst einfach nur selbst nicht sterben ich hätte nie gedacht das schwebe mich mal nerven Mann wo hänge ich denn was soll denn das willst du nach hinten laufen weil du nirgendwo anders hinkannst sind sie weg Toll Geil Was? Okay Da komm ich jetzt nicht drauf klar Irgendwo vorhin Oh ne ist weg Das vier hat mich halt einfach aus meiner Ulti geholt ne Also das ist schon episch Wie man beim Kämpfen auf einmal die Fähigkeiten bekommt Wie man aber auch plötzlich beim Kämpfen einfach selbst in Stasis geht obwohl man in seiner Super ist Es wird Eramis leichtsinnig Unvorsichtig Ohne ihre Berater ist sie schwach Sie wird sich abmühen diese neue dunkle Macht zu kontrollieren Der perfekte Zeitpunkt für uns um zuzuschlagen Hüter Wir sollten mit diesem Splitter ins Lager zurückkehren Die Fremde wird auf uns warten Ui Hi Jess Nein Nein Praxis und Phylax sind tot Wir müssen sie rächen Atrax Tridus und ich übernehmen das Geh du in die Krypta und bereite die Leiche vor Eramis Wir müssen uns ausruhen Diese Mächte sind nicht was wir erwartet hatten Auch ich bin ungeduldig Aber es liegt Weisheit in der Vorsicht Vorsicht Sieh wohin Vorsicht uns gebracht hat Unser Feind nutzt unsere Schwäche aus Wir müssen handeln Ich gebe diesen Hütern die Zerstörung die sie so lieben die Zerstörung Eww Oh. 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 Ich würde sagen, nächste Folge. Ich weiß gar nicht, was das jetzt ist. Ja. Wir haben ja noch einen Marker. Lass mal rausgehen dann. Nächste Folge. Würd ich auch sagen. Muss ich nämlich kurz was essen. Gibt es Essen bei uns? Voll komisch hier drin aus. Ja. Ah, hier sind wir. Alles klar. Okay. Okay. Ja, dann kannst du abmoderieren. Wo immer. Hm. Na gut. Und das war's dann mit der Folge, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. 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 Ciao.